Hunderttausende Tote, zerbombte Städte, Hunger und Leid. Der Zweite Weltkrieg hinterließ in der ganzen Welt seine Spuren, insbesondere aber in Europa. Doch wie kann sich eine so zertrümmerte und niedergeschlagene Gesellschaft wieder aufbauen? Und was haben die USA damit zu tun? Das erfährst du in diesem Video. Die Wirtschaft in Europa war am Ende. Nicht nur durch die hohen Kriegsschulden, dem gesellschaftlichen Wandel und den in einigen Teilen Europas vorherrschenden Kommunismus, sondern auch aufgrund der politischen und gesellschaftlichen Neustrukturierung. Deutschland oder Polen beispielsweise hatten es plötzlich mit ganz neuen Herrschern zu tun. Besonders deutlich machte sich das Ausmaß des Weltkrieges im Winter 1946-1947. Es gab immer weniger Nahrung, die Energieversorgung brach zusammen und auch der Verkehr kam zum Erliegen. Der ursprüngliche Plan, den Wiederaufbau Europas durch Reparationszahlung Deutschlands zu finanzieren, stellte sich als keine Option heraus. Ein wirtschaftlich geschwächtes Deutschland hätte weitreichende Folgen für Europa und die USA, da ein zentraler und riesiger Handelspartner- und Absatzmarkt fehlen würde. Da stellte sich gerade den Siegermächten des Zweiten Weltkrieges die Frage, wie sollte es mit Deutschland, aber vor allem auch Europa weitergehen? Der damalige US-Außenminister George C. Marshall stellte hierfür am 5. Juni 1947 das sogenannte European Recovery Program, kurz ERF-4, welches auch umgangssprachlich als der Marshallplan bezeichnet wird. Die Intention des Planes war die Wiederankurbelung der europäischen Wirtschaft durch Unterstützung durch die USA. Auch sollte der Marshallplan den sich immer weiter ausbreitenden Kommunismus im Rahmen der sogenannten Truman-Doktrin eindämmen. Auf der Marshallplan-Konferenz, die im Juli 1947 stattfand, einigten sich 16 europäische Staaten auf diesen Plan. Die osteuropäischen Staaten, denen diese Hilfe auch angeboten wurde, lehnten dieses Angebot allerdings auf Drängen der UdSSR ab. Konkret sah der Marshallplan drei Ziele vor. Im Fokus stand die Hilfe für leidende Bürger, die kein Essen hatten und deren Häuser in Trümmer lagen. Weiterhin ging es, wie bereits angesprochen, auch um die Eindämmung der Ausbreitung des Kommunismus und auch dem allgemeinen Einfluss der Sowjetunion. Auch sollte der wirtschaftliche Zusammenbruch der USA verhindert werden, da Europa einer der größten Absatzmärkte für die Produkte der USA darstellte. Das Aufbauprogramm sah eine Dauer von vier Jahren vor. Im Zeitraum von 1948 bis 1952 flossen so Hilfen im Wert von knapp 14 Milliarden Dollar, die heutzutage ungefähr einen Wert von 142 Milliarden Dollar hätten. Für die Organisation der Hilfen gründete die USA eine Behörde, die Economic Cooperation Administration. Ein Großteil dieser Zahlungen waren Subventionen, die den Import von Waren billiger machten. Diese Zahlungen mussten nicht zurückgezahlt werden, aber der Gegenwert in jeweilige Sonderfonds für den nationalen Wiederaufbau eingezahlt werden. Im Rahmen des Planes wurde ebenfalls 1948 mit den 16 beteiligten europäischen Ländern, die OEEC, die Organization for Economic Cooperation and Development, gegründet. Diese Organisation war der Vorläufer der heutigen Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Der Beitritt zu dieser Organisation war für die 16 Länder verpflichtend und diente der Stärke der Kooperation der Länder Europas. Schauen wir uns die Auswirkungen des Planes an, können wir auf jeden Fall festhalten, dass die europäische Wirtschaft angekurbelt wurde. Berechnungen zufolge seien rund drei Prozent des damaligen europäischen Wirtschaftswachstums durch den Marshallplan zustande gekommen. Ebenfalls und sicherlich nicht ungewollt kam es zu einer langfristigen Bindung der westeuropäischen Länder an die USA. In Deutschland fand der Marshallplan außer in den Reihen der kommunistischen KPD großen Anklang und wurde mit der Währungsreform 1948 verknüpft. So, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne eine positive Bewertung da und abonniert diesen Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen.